so 2002 und olysee episode 3 folge 1 ja genau ansonsten habe ich noch das ist natürlich noch aktualisiert das kommt auf 26 haben wir gerade abgeschlossen so jetzt 2002 ich hoffe die maps wenn ich genauso katastrophal wie die letzten vier maps man erinnert sich speedrun style wer sagt ich dazu nicht ja neue episode neues glück würde ich mal sagen ich hasse so was weil es einfach nur verschoben ist oder ja ja relativ gut dazu kommt es kommt hier gefällt mir gerade guter punkt um die map zu starten kann man so sagen auch auch noch ein noch 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 Was? Oh. Wow. Können wir uns angreifen? Hallo, hört mal an. Ja, scheinbar nicht. War mir schon klar. Man probiert es aber trotzdem. Tja, auch hier geht es wieder zum Glück. Auch hier funktioniert es relativ gut. Gott sei Dank. Weil die Maps sind gerade schon dunkel. Wow, Alter. Wow, Alter. Oh, Alter. Alter, der geht so immer mit dem offenen Himmel. Also, ich muss schon sagen, der Raumkratz sieht richtig geil aus. Hier so mit den zwei riesen Köppen. Macht schon was. So würde ich auf jeden Fall meine Funktion später auch gestalten, ne? Ah ja, hier draußen merkt man schon, hier fängt es mit dem Flashlight leicht an zu stockern. So ist es ohne Flashlight super flüssig. Und jetzt fängt es vielleicht wieder hier draußen leicht an zu stockern. Aber alles in allem ist es auf jeden Fall noch spielbar. Spielbar. Von daher werde ich das erst mal super lassen. Dass da einfach so Licht rauskommt. So. Ja, hier merkt man auch schon, dass es ganz schön anfängt zu stockern. Jetzt richtig. Also. Also stärker. Aber Mann, ich will das hier nicht aufnehmen. Ist doch kacke. Uns fehlt gerade noch grad mal zwölf. Fuck off. Geht ja nicht anders. Geht ja nicht anders. doch kann man machen muss man aber nicht weiter am besten da wo die gegner herkommen so was passiert wenn man die gegner zu nah an sich ranlässt dann kannst du gerade bei pinkies brenzlig werden die wird einfach alle mal sterben hallo ja ein waffenverbrauch seiner gleichen sind ja immer noch welche am leben kommen jetzt machen wir ja mal hier mal hier aber merkt schon langsam geht das vermittelt schon runter hier weiter und es wurde hier nicht zu spielen weil lange habe ich wirklich echt unangemütlich unangemütlich klar der deutsch kommt hier ganz ehrlich waren so haben wir wieder volle munition hier geht doch kann man doch machen boah hier brennt es ja kannst du mal wieder aufhören zu brennen soweit ich weiß schaden aber auch weil der bau brennt ganz schön viel munition das heißt es wird definitiv ungemütlich darauf habe ich definitiv kein bock aber jetzt müssen wir schon wieder so eine scheiße aufnehmen ich will die kacke nicht aufnehmen haben wir noch irgendwo ein bisschen schadkern bitte ein bisschen ein kleines bisschen nein natürlich nicht wow halt also wohl sechs fehlen müssen wir jetzt so eine ganze kiste aufnehmen ja komm jetzt geht es aber mal gut aus jetzt ende finito dann wird das halt eine verschwindung auch ein bisschen luft ja 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 diese kann ja so da durchschießen okay hat mich gerade nicht so gefallen ich glaube das muss ich nicht weiter erwähnen nicht mit dem nicht mit dem langsamen nachladetempo hier da brauche ich meine richtige waffe hier noch vier monstern einer er ist er gleich haha klar zum ende noch mal noch mal die schwächsten gegner überhaupt so was haben wir den clown key mit dem kommen wir wohin ich sehe doch ein paar sequels ja doch zwei sequels gibt es angeblich ich habe die katastrophäe war leider nicht dass ich was ich meinte aber wenn man neue waffe da geht es noch rein da ist definitiv noch ein geheimnis ein ultimatives super erlebnis für die ganze familie mal vor der schalte hier für store allerdings merkt man echt schon das geht ganz schön in die frame rate ja gut dass da ist wirklich nicht das was ich oft hatte also das konnten wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen keine gegner mehr wir hatten bereits 100 leben ja egal komm äh blau blau geben wir mal ein bisschen direkt nach haaa blau ob was blau ist da ist was rotes achso rot ja klar ah ok wir brauchen beide keys man that makes sense that's sad das leben wir doch noch ganz annehmlich aber ich muss mal das fenster aufmachen denn das ist wirklich zu warm drin so ok ja in dem sinne bis gleich